hallo leute hier soll es sagt sie und wir spielen borderland zwei jahre am donnerstag leider weil der mein fellow 4 irgendwie will nicht starten ladet du endlich laden laden ladet so wo wir verletzen voll eier stimmt wegen den wir toten mutter also dem unsere diese wolfie mutter müssen töten aber problem ist wie sollen wir das töten das auch frage weil ich habe versucht mache ich schon gute schaden und so weiter aber hallo selber weiß ich nicht leider oh ah Okay, ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe Bis jetzt läuft es gut Jawohl Ja Komm Jawohl Was haben wir da Juhu Bist du der Beste, ich bin der Beste eigentlich Alter Das ist ziemlich Ich weiß nicht wieso Letzte Folge habe ich nicht geht aber die war nie zu einfach Wie hat ausgesehen Und einer Sniper Ich hoffe besser da 2200 Ob ist besser Ob ist besser Ob ist besser Diese scheiß Sniper ist übertrieben besser Zweiter und besser Schauen wir mal Ach du scheiße Übertrieben ist stark aber Problem ist die hat kein Visier So Ähm Nächste Mission, nächstes Glück Machen wir so Äh das haben wir Ja das haben wir Das ist ein Rollspiel Opportunity Ah kommt die nur da Schade Schade Ganz schade Das kann Äh das kann nicht zoomen Aber Ist übertrieben geil Schauen wir mal wie das für den Kampf Funktionieren Oh Sechs Äh das habe ich richtig gesehen 16.000 Ja 16.000 Headshot Oh Aber Diese Waffe ist schon nicht schlecht So Jetzt muss ich Aufpassen Wegen den Wie ich sehe Egal So gehen wir weiter Das ist erledigt Das freu ich mich Ne Habe ich gedacht Die muss ich So Gehen kurz Die Mission ist schnell gemacht So schnell habe ich nicht gedacht Wird er gemacht Aber war schon gut finde ich Und ja da haben wir Missionen Für Opportunity Oh 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 Das war Das war Das war Das war Wir müssen wieder Wir müssen wieder W Sherry Abonniert Schreie Schreie Ich habe die Giastanz Wir müssen wieder Verlangen Weck Man Norm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.